Musik Ja, die Symphonic Rock Night. Wie ich damals zur Musikschule kam, hörte ich dann schnell von diesem großen Event und war total begeistert und hab gedacht, da muss ich sofort hin. Begeisterung, nur Begeisterung. Und dann auf einmal ist mir klar geworden, dass das eine wirklich große Veranstaltung ist. Ich war ja so begeistert von euch. Musik machen alle zusammen und da merkt man eigentlich mal wieder, wie Musik eigentlich verbindet. Mir hat es immer total gut gefallen. Die Kombination aus Klassik, Pop, Rock war genau mein Ding. Also ich bin ja einer der größten Fans immer gewesen von dem, was ihr gemacht habt. Ich fand das so toll. Auch die jungen Menschen. Musik Und dann überwältigt einen einfach dieser Sound, weil nichts stärker als ein Orchester auf der Bühne. Musik Untertitelung des ZDF, 2020